Willkommen zu einem neuen Videokonferenz. Also wir kennen doch diese Bomben-Spiele, oder? Ja, wo man so versuchen muss, da durchzugehen. Wir haben das gleiche hier gemacht, Akine. Wir haben das selber gebastelt. Ja, also nicht gebastelt eigentlich. Wir haben so welche Glitzer... Ja, die gerade hier aufgehängt. Und ich werde mir die Zahl stoppen, wie lange sie gebraucht hat. Und hier drauf soll das jetzt die Bombe. Also wir werden das von dem Handy hier machen, wie lange sie braucht. Ja. Aber ich will, dass es am Akku hat. Okay, ja, das sieht gut aus. Soll ich jetzt drehen? Warte, soll ich drehen? Okay. Bist du bereit? Warte! Auf die Blätter, fertig, los! Ja. Wenn ich einmal trete, dann ist 20 Sekunden... Ja, dann hast du eine Minute länger. Ah! Eine Berührung. Was du weißt? 2 Berührung. 2 Berührung. 2 Berührung. Ah! 4 Berührung! Ja. 5. 6 Berührung. 7 Berührung. 8 Berührung. 9 Berührung. 10 Berührung. 10 Berührung. 10 Berührung. Das ist richtig schwer. 1, 2, 3, go! Go! Machst du was? Alter! 1 Berührung. 2 Berührung. 1 Berührung. 2 Berührung. 3 mit deinem Haar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. James 1. 18 Eurowhy. 4, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 9. chine. 8, 9. 9, 9, 9, 10, 5, 6. 9, 9, 9, 11, 10, 9, 10, 9, 9, 10.